moin leute und willkommen zurück zu einem neuen case opening heute mal operation phoenix cases 20 stück habe ich ja letztes mal haben wir ja nur naja ich sag mal nur module bekommen die habe ich dann in diesen gedöhnt hier diesen trade-up contract eingetan habe dann hier die aug bekommen oder aug ich weiß gar nicht wie man so ausspricht auf jeden fall hatte ich die schon also nichts besonderes und ja diesmal operation phoenix kisten so da kommen wir uns mal die ganzen waffen an hier die ak wäre richtig nice genau wie die p90 auf jeden fall besser als die modulen natürlich die asimov abp asimov natürlich mega geil die ist auch ganz schick und natürlich der jackpot hier das knife aber ich habe da so ein paar bedenken weil die letzte folge die war jetzt nicht so bombend ok und auf jeden fall ohne weiter zu labern öffne ich mal direkt mal die erste kiss hier und gucken wir mal was drin ist vielleicht haben wir heute glück das wäre es gewesen man das wäre sowas von gewesen jetzt direkt mal die ak zu kriegen wir kriegen das hässliche ding hier ist ja überhaupt noch ein skin alter ist so hässlich aus man das ist ja so geil gewesen alter jetzt guckt euch das mal an wie hoch die chance ist einfach ein blaues zu bekommen und der rest habe ich nix gar nix ich habe nur blaue das war schon gut kommen wir können doch noch wegen meiner eine bekommen ja nicht schlecht also benutze ich gerne für die usb habe ich nämlich noch kein kein skin sieht auch gar nicht mal so schwanz am mund alter sieht gar nicht mal so schlecht aus ja mal gucken ja hab ich nix gegen so auf jeden fall ja mal die erste hier kommen komm 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 gib uns weiterhin gute sachen irgendwie leckt es gerade das gehört nicht zu der kategorie gute sachen ich hab jetzt eigentlich schlimmer gedacht aber naja viel test ist ja schon schlimm dann immer drei alle guten dinge sind drei komm 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 gib uns was gutes komm 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 trotzdem sick aus okay aber die wurde ja richtig angelutscht trotzdem immerhin nehme ich ja das ist bisher ganz gut das ist naja erfahrt ich halt noch kein skin aber ich glaube die waffe werde ich niemals benutzen die ist viel zu teuer und da kommen die haben wir zwar schon aber ein kumpel von mir der braucht auch noch einen usb skin glaube ich usb polise richtig ist aber viel testen mindestens ja das heißt die bekomme ich so ich weiß nicht alle guten dinge sind drei hat jetzt schon zahle funktioniert also machbar das doch einfach noch mal oder komm leute gibt und gibt uns was gutes hier ja zum dritten mal ist jetzt auch nicht schlecht ja bestimmt noch ein freundlich hat gebrauchen können ne also naja viel testet viel testet und ich bekomme die welcher zwar eigentlich sagt alle dinge sind dran und ich bekomme doch mal die waffe dann rast sich aus kommt 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 das verstehe ich nicht oder gut die habe ich schon leider ist es die battles geht er fehlt das kommt immer noch mal die letzte und alle guten dinge sind reiner also hier das ist die letzte und von den dreien alle guten dinge sind drei komm reiner der kurs kommt ja die farber sergeant ist nicht schlecht nämlich auch lieben gerne er so geil sieht es auch nicht aber ich glaube ich habe ich noch kein also nämlich auch nämlich auch sehr nett ich habe gerade augen zugemacht und dann so random kommen jetzt gibt mir die asimov die richtig nicht das ding so das sehe ich direkt akku komm gib mir ein gib mir ein gib mir ein neil nicht das ding alter dass die zu hässlich die waffe ist viel zu teuer mann alter und dies das ist doch nicht mal gut außer natürlich die russchen jetzt und du klatschst die wirklich alle auf irgendwo um naja so stand der dinge drei usps gut p90 sehr gut freut mich die akku fände ich es ein bisschen besser aber okay die ist teilt zweimal hässlich das ding ja das hatte ich halt jetzt habe ich jetzt ein factory new und die teile sind useless okay okay wir machen weiter alle guten dinge sind drei komm komm gib mir was gutes gib mir was gutes oh mann alter ich will nicht so ein hässliches heaven guard gedöhnt haben zu wieder factory new nähe das war ja ich komm nimmer erst kommt ich mach mal mit augenzug kommt komm ist es was gutes ist es was gutes die akku redline ja geht doch man doch nicht gleich so naja die ist was das will entweder die ist richtig angekackt hier so hier ach komm also hat scheiß drauf hin nämlich trotzdem ich bin trotzdem zufrieden damit gott nochmal die erste habe ich auch nichts gegen ich glaube soll ich noch mal augen ich mache aber eine mit augen offen und dann mache ich gleich mit augen zu also jetzt kommen augen offen gab gab dann geht man gut ist ihr paar war was gutes aber über die usb hätte ich mich zwar wieder lieber gefreut aber acht über die um pd usp und die um psalzen factory new dafür und dann nehmen doch nicht mal schämt dich so und jetzt mache ich wieder augen zu und m kubi jetzt ne dreckigste war für die skippmann 1 2 3 4 und 6 kommen an die letzte auf hier kommt auch wieder augen offen komm ich brauch was gutes ich will aber goldene sehen würde die haben wir zum vierten mal ich kann leider keine vier usps auf einmal halten das bringt mir nicht viel sehen minimal und was ist meine mir auch minimal irgendwie haben wir heute letztes mal auch fünf äh was waren es module 5 p p p p p p p 90 der module hier die teile die teile hier da die und und kommt schon so leute ich werde jetzt aus dem raum gehen ganz kurz und wenn ich wieder kommen will ich da ein live also bis gleich das ist kein knif Ich weiß nicht, was sie sich unter dem Knife vorstellen, verdammte Scheiße. Okay. Ich trinke mal kurz was. Ich trinke erst kurz was, Leute. Ich glaube, dann funktioniert das alle besser und ich habe die gar nicht so. Richtig geil. Jetzt geht's los, komm. Das muss immer Gutes werden. Ich habe es im Urin. Ja! Ja! Mein Urin hat richtig geraten. Leute, das sieht sogar nice aus. Perfekt. Leute, was wollen wir denn mehr außer Knife? Eins, zwei. Leute, das ist eigentlich heute gar richtig gut. Komm, nehmen wir mal die goldene Mitte, oder? Goldene Mitte, Leute. Goldene Mitte vielleicht goldenes Item. Wir wissen es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Komm, ich habe es, glaube ich, wieder im Urin. Das Urin hat diesmal falsch gelegen. Ich glaube, ich habe auf die Waffe gepisst deswegen, weil die keiner mag. Und was ist die? Ist auch noch fast Fakt Renew. Komm, komm, ich mache Augen zu. Komm, gib mir, gib Papa was Gutes. Und... Oh mein Gott, ey. Okay, Leute. Jetzt öffnen wir mit den, äh, Key. Komm. Entweder die Asimov... Einer der drei, bitte. Das wäre richtig nice. Komm. Oh, der kam von Herzen, Leute. Ich mache jetzt Augen zu. Und ich möchte, wenn ich gleich meine Augen wieder aufmache, dass in dieser Kiste hier entweder einen Knife... Also ich meine, wir haben natürlich die drei hier schon bekommen, ne? Das ist natürlich auch voll geil. Und die haben wir schon viermal bekommen, ne? Und die haben wir einmal bekommen. Aber sonst... Ich wäre da nicht, äh, abgelegen. Sag ich mal so. Also Leute, ich mache die Augen zu. Kommt schon. Komm, 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 komm. So, ich rate jetzt mal. Entweder, es ist ein Knife. Oder ein Asimov. Oder wie ihr da eine USP? Wenn es eine USP ist, hau ich mich jetzt richtig. Wenn es ein Knife ist, freue ich mich. Und wenn es ein Asimov ist, freue ich mich auch. Ich mache die Augen jetzt in drei Sekunden los. Und dann möchte ich da einen Knife sehen. Drei. Drei. Eins. So Leute, ja, ihr dachtet jetzt wohl das Pferd. Nee, 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 Leute. Ich lasse mich nicht so leicht davon abkriegen, einen Knife zu kriegen. Denn ein Kumpel von mir hatte noch vier von denen. Und ich hatte noch ein bisschen Geld auf meinen Steam-Guthaben. Also habe ich mir gesagt, ey, komm, Kollege, gib mir die mal. Die USP habe ich denen immer noch nicht gegeben. Naja, auf jeden Fall. Habe ich jetzt Bock auf ein geiles Knife hier. Und mal ganz ehrlich, hier die PZ-150 sieht geil aus. Die sieht geil aus. Die M4A1. Die Asimov wäre auch nicht schlecht. Hier die AWP-Redline, ja, haben wir ja auch die AK-Redline bekommen. Natürlich, die, ja, Schrofflinde benutzt sich nicht so oft. Aber es sieht auch ganz nice aus. Und natürlich die Jackpot wieder mal, die wir vielleicht nicht niemals immer, also ich auf jeden Fall nicht, äh, im, im ganzen Leben kriegen werden. Aber, na komm, na mein, ich mach einfach mal da Dinge. Offen, komm, gib mir knife. Deine Chance. Ah, die 5-7. Naja, ich habe noch keinen 5-7-Skin, deswegen ist es noch gar nicht so schlecht, dass ich hier jetzt die, äh, Kami krieg. Factory new? Jo, Factory new, das ist ja schon mal schön. Okay, komm. Die letzte hier. Komm. Und... Go! Komm. Ich seh, ich seh das knife einfach schon. Ich seh es noch nicht. Ich seh die Scheiße aus, was ist das? Ja, ich hab die Kami, also hier, das Ding sozusagen ist der Track nur für die Gale. Komm, jetzt mal mal die erste hier, komm. Komm, 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 ich streiche mal hier das knife schön an mit nem Cursor. Click of Yuski. Komm. Komm. Na, komm. Cobbled Health, was weiß ich nicht, alter. Health Town, nur wenn ich für dich das Ding richtig ausgesprochen hab. Alter, das sieht kacke aus, man. Okay, Leute. Ich werde jetzt die Augen zumachen. Mal wieder. Und möchte da etwas Gutes sehen. Mindestens die Farmers. Komm schon, komm schon. Leute, lasst es nicht hier umsonst gewesen sein, da ich hier nochmal den Aufnahme-Button gedrückt hab. Okay, und... Boah, schon wieder das Ding, alter, komm, ey. Okay, das war eigentlich, ich wusste es, dass ich da jetzt hier nochmal was gemacht hab. Komm, komm, komm. Das braucht man nicht. Da nicht. Und das haben wir. Da nicht. Da nicht. Das Ding nicht. Das Ding nicht. Ähm, das Ding ist recht nicht. Komm weg damit. Modul auch nicht. Das Ding auch nicht. Und... Das Ding auch nicht. Und so. So, wir geben jetzt einen hier. Der... Zilk... Ja, komm, wo ist der Punkt? Zilk... Rau... Oh, fuck, das ist mal. Rau... Der... L... P... Rau... 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 Na ja, aber wenigstens hab ich das noch nicht. Haben wir das... Naja, viel testet, alter. Hab ich denn zur Zeit... Für welches... Für Skins? Ja, dann nehm ich die, komm. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Falls ihr mal was giften wolltet, ich wär nicht abgelehnt, könnt ihr mich in Steam enden. Aber müsst ihr nicht. Ihr seht ja, ich hab damit jetzt... Ja, okay, ging eigentlich die Runde, ne, Leute? Ging eigentlich. Ging, ja. Bin ich zufrieden mit, kann immer so sein. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.